Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Repaint Tutorial. Heute möchte ich euch zeigen, wie wir zum letzten Video, als wir das VAG Repaint erstellt haben für den MAN A21 für den LionCity, das wir hier oben in der Infokarte noch mal findet. Dafür wollen wir heute eine Sitztextur erstellen, also ein Repaint für die Sitze. Und wie wir das machen, das wird ein bisschen aufwendiger, würde ich jetzt nicht sagen, aber doch. Wir kopieren uns erstmal hier aus dem, also sind wieder in dem Ordner, um sie zwei Vehicles, MAN, LionCity A21, Textur, Werbung A21, EEV oder Euro 6, müsst ihr wissen, für welchen Bus ihr das machen wollt. Ich mache es jetzt hier für die EEV-Version, also DB-Ordner und dann kopieren wir uns hier die Sitze. Ich erkläre auch gleich, warum wir diese Sitze nehmen, gehen hier in unseren VAG-Ordner und fügen hier die Sitze ein. Dann können wir das schon mal aufmachen und die Textur mal vorbereiten. Und zwar müssen wir nämlich jetzt das blaue ausschneiden. Und damit wir das nicht alles mit dem Radiergummi machen, klicken wir hier einmal mit dem Zauberstab rein und möglichst hier einen, ja wo auch immer hin, ich denke mal eher einen dunklen Bereich, dann müssen wir jetzt hier oben mit der Transparenz so lange spielen, bis nur noch die Rundungen hier, also bis das einigermaßen außenrum hier passt. Das Innen ist erstmal egal, das machen wir jetzt noch weg. Und zwar gehen wir hier dafür auf das Auswahlwerkzeug und gehen hier auf hinzufügen. Und jetzt können wir hier so ein bisschen an den Kanten noch lang gehen, beziehungsweise die ganzen Flecken, die jetzt hier noch nicht markiert wurden. Wenn ihr jetzt zu viel gemacht habt, dann nehmt ihr hier auf subtrahieren, so wie ich gerade, und wieder auf hinzufügen gehen, wenn ihr wieder was hinzufügen wollt. Klingt glaube ich logisch. So, das muss jetzt nicht 100% sein, aber 110 vielleicht. Das haben wir. Ja, da müssen wir die alle einmal, das ist natürlich blöd, genau an der Kante, hier auch. Aber man kann auch hier den Bereich ziemlich großflächig abdecken. So, dann haben wir es fast geschafft. Die hätte man auch hinterher mit einem Radiergummi wegnehmen können. Das wäre auch nicht so schlimm gewesen. So. Dann haben wir jetzt alles, was hier noch zum Blau gehört, haben wir alles weg. Sieht nämlich nachher gleich blöd aus, wenn wir noch Blau durchschimmern haben, am roten Sitz. Jetzt können wir einfach entfernen drücken. Dann haben wir das. Jetzt fügen wir eine neue Ebene ein, die nenne ich jetzt Stoff, und diesmal brauchen wir hier aber nicht auf multiplizieren zu stellen. Jetzt gehen wir ins Internet. So sollen unsere Sitze aussehen, und ich habe mal hier nach roter Stofftextur gesucht. Keine Ahnung. Müsst ihr mal ein bisschen gucken, was ihr da eingebt, oder noch ein bisschen, ne? Ihr kriegt das schon hin. Google ist ja nichts Neues. Und jetzt weiß er noch nicht, das oder das. Ich denke mal, das nimmt sich nicht viel, aber das ist irgendwie ein bisschen besser. Also, Bild in neuem Tab öffnen. Ja, Größe ist in Ordnung. Bild kopieren. Google hat ja hier diese Funktionen weggenommen, dass man das Bild direkt angucken kann. Ja, gut. Wir werden wohl irgendwann alle nochmal auf Bing umsteigen müssen. Nein, Spaß. So. Beibehalten wollen wir natürlich. Und das ganze Ding muss eine ganze Menge kleiner werden. Und natürlich machen wir es nicht so kleiner, sondern wir machen mal lieber ein neues Bild draus, fügen das hier ein. Und dann sage ich mal, wir machen es erstmal so groß, wie das Ding jetzt ist. Also, 512. Hier, STRG R, 512. Kopieren wir das mal. Fügen das halt... Ah, wir müssen hier auf Ersetzen wieder klicken, damit das weggeht. 512 müsste doch eigentlich genau passen. Beibehalten. Habe ich es nicht. Das ist doch jetzt 512. Also nochmal. Alles STRG A, STRG C. Und einfügen. Hm. Ist ja jetzt doof. Aber das Ding ist doch hier bloß noch 512. Kopieren. Einfügen. Ach, 256. Sag das doch. 256 müssen wir doch haben. Äh, 256. Ich denke mal selbst das ist noch zu groß. Ja. Oder wir machen das gleich richtig. Ups. Drehen das jetzt mal, weil die Sitze eigentlich so gepunktet sind. So machen wir das. Kopieren. Kopieren. Kopieren und einfügen. Jetzt müssen wir es so weit runter schieben. Das ist natürlich genau die Kante da. Na toll. Kriegen wir die irgendwie weg. Ne, irgendwie ja nicht, ne. Hm. Also müssen wir es so kopieren. 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 Einfügen. Ist natürlich genau die Ecke wieder da. Oh, ich. Heute wird es echt nichts. Also kopieren wir nur diesen Bereich hier. bis zu den Punkten. Und einfügen und runter schieben. Jo. Und wieder einfügen. Na, kann man noch einen? Ja. Ist doch gut so. Und einfügen. Und einmal noch. Ja. Das dürfte passen. Ähm. Tja, wir machen jetzt die Punkte noch dunkel. Das hätte ich mir vielleicht vorher überlegen müssen, ne. Ich wollte eigentlich jetzt probieren. Genau. Ich habe jetzt Shift gedrückt gehalten. Und jetzt markiert er alle Punkte. Das hier, das, äh, brauchen wir ja nicht. Also eigentlich kann man das ja mal ausblenden. Wir brauchen all diese Punkte. Und jetzt müssen wir hier natürlich mit dem Toleranzwert ein Stück hoch gehen. Hallo? Nochmal. Ähm. Ähm. Zauberstab. Hier ins Helle klicken. Natürlich nicht mit 100 Prozent. Ähm. Ins Helle klicken und Shift gedrückt halten. Dann markiert er hier alle. So. Das sieht doch gut aus. Ah. Nicht zu groß. So machen wir das. Jetzt müssten wir theoretisch bloß noch hier mit einem dunklen Grau, sage ich mal so. Ja. So. Dann nehmen wir jetzt hier unser Rechteck mit Füllfunktion. Und ziehen das hier einmal quer rüber. Und dann sieht's mehr oder weniger prächtig aus, muss ich sagen. So richtig gefällt's mir nicht. Aber ich glaube den Sinn erfüllt es trotzdem. Oder? Schön ist es nicht. Ich weiß. Können wir das irgendwie noch ein bisschen angleichen? Können wir hier auf der Ebene. Vielleicht probieren wir ein paar Effekte aus. Ähm. Korrektur. Automatisch. Ne. Das war ja nichts. Korrektur. Können wir damit was machen? Ne. Ne. Das lassen wir einfach so. Ich würde sagen, so schlecht sieht's gar nicht aus. Und wer richtige Punkte haben will, der muss dann halt mit dem Pinsel, beziehungsweise... Ja. Müsste man mit dem Pinsel von hier eine Farbe nehmen. Und dann hier ganz vorsichtig mit einem ganz weichen Pinsel einmal einmal ringsrum gehen. Ein bisschen härter könnte der Pinsel. So. Aber das mache ich jetzt nicht für alle Punkte. Also drückt's… … babiesARR geschrieben… … … Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Also wie gesagt, ich mache nicht alle und System ist glaube ich klar. Das können wir jetzt also abspeichern. Wenn ihr wollt als Projekt, ich mache es ja immer nochmal als pdn und nochmal STRG-SHIFT-S, also speichern unter und dann hatten wir glaube ich vorher eine png. Genau, können wir jetzt die ersetzen, jawohl, ok, zusammenfassen und dann können wir das schließen, das brauchen wir nicht speichern. Gehen wir hier wieder in unseren vg-Ordner rein, jetzt brauchen wir die seed pgn, bzw. eigentlich brauchen wir das nicht, das brauchen wir uns bloß aus dem dbrepaint zu kopieren. Da haben wir ja das, das kopieren wir uns und gehen hier in vg und fügen das hier ein, natürlich vg-Sitze und auch hier vg. Okay, das speichern wir ab und das gucken wir uns jetzt noch in OMSI an.